yoo Leute und ich komm hier zu, hier ist Ultimately Storm Und haben wir Sven natürlich Walt ao wankt auf ähm wer heißt die Map Garten irgendwas Garten der Ängste glaube ich Genau der Ängste Ich bin Moradins, wenn es Teig ist. Verkürzt! Ist zu schwer. So, ich erf... Alter! Ja, läuft. Sie spielen Team. Übrigens. Erst dankt mich der eine in dem Moment, wo das dann vom einen vorbei ist, dankt mich der Nächste. Die sind gut, wir kriegen mit dem Problem, das sag ich dir jetzt schon. So cool, das ist nicht geil. Und vor allem Teig ist. Du kennst dieses Problem hier. Boah. Das vor sollten wir besser verteidigen. Teig, das ist so ein Arsch. Helden, schon bald ist es Nacht. Ich hoffe, ihr seid bereit. Und es wird aufhören zu lecken. Oh. Wieder tot. Ich hab keine Chance gegen die beiden. Oh. Ich auch nicht. Ich war select. Zu mega. Ja, das ist ja das Problem, warum ich alleine gegen die beiden bin. Schlachtert sie alle ab! Und erlangt meine Samen zurück! Oh Mann! Standbild! Oh Mann! Ich weiss, das ist das passiert! Oh Mann! Oh Mann! Du bist wieder getötet! Du bist wieder getötet. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Dann hat das gemacht. Da wird mich verletzt. Überrascht! So viel zum Thema, hat's work bei dir? Oh, nice. Töte halt so, ja. Ich würde das sonst auch nie halten. Let's go, bud. Oh. Und wo war da jetzt das Problem? Gar nicht schlecht. Arrigan ist ne Schlampe. Könnt's geil. Aber meine Granate hat sie geregelt. Oh. Wollt mich töten, Alter, das ist ne Schlampe. Dann hab ich mein Team Friss. Oh, ne. Oh, geil. Ne, Boss ist auch ne Fotz. Okay, das ist auch ne Fotz. Bleib mal hier unten, weil... ...umfreul nicht mehr reinrennen, glaub ich. Ne. Achtung. Ja, Kerrigan, like a Boss. Ja, Kerrigan, like a Boss. Was? Hier Monster. Geil. Geil. Oh nein, brauch ich mich auch nicht reinrennen. Nice. Geil. Nova hat's draus. Weil halt einfach so auf Leute, die schon längst weg sind. Und so random drin, obwohl die es hier schon längst weg teleportiert haben. Die ganzen Fähigkeiten. Jetzt lässt sie mich sterben. Krass. Und ich bin wieder tot. Mein Nova wegrennt. Na ja, zumindest kann ich einen wegholen. Na ja. Geil. Oh shit. Oh nein. War jetzt auch nicht grad sehr schlau von dir. Naja. Das hat dir gefallen. Oh. Oh Mann, oh. 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 Der Druckler ist genutzt. Lilly brennt einfach in den Tod. Okay. Der Druckler ist der Druck. Der Druckler ist der Druck. Na ja, wir haben verloren. All, all, one, no, solo, Dulu. Was? Du hast hier zu Dulu. Wir haben's geschafft! Wir sollten uns dieses Söldnerlager zur Brust. Eie. Oh yes. Und wer ist denn tot? Ja. Beim Rainer bleibst du drin stehen. Okay, die führten mich im Tower. Nice one. Und die Ulti von Nova waren wir auch verschenkt. Und Nova ist auch verschenkt. Okay. Geile Runde, ey. Die Kuhkollegen sind best. Ich erschlägt sie. Und sammelt ihre Saarung. Sie, euer Gegner, was er hier vorvermichtet. Aus dem Weg. Ja, dafür, wenn wir beenden, die Schnellstellen sind, die Basis und tun nichts mehr. Weil das sehen wir eben nicht mehr. Ich bin ein wenig zu drück gekommen. Hallo? Fick und zart. Da möchte jemand eins aufs Maul. Der ist tot. Oh, Keltas ist auch tot. Jetzt los. Die Saar geht mir gehörig auf die Nerven. Nova hat scheinbar da unten Keltas auch noch gepickt. Jetzt wird der Hammer geschwungen. Zeigt mir, wo es lang geht. Fallschuld und alle Gegner über ein Geheuer verfügen. Töt ihn, Nova. Töt ihn. Nice. Ja, endlich. Wir haben auch mal ein Monster. Oh, nein, nein, nein. Keltas. Sehen die Monsters für uns drinnen. Hier wird es langsam brenzlig. Ausgezeichnet. Das Ungeheuer wird auf die Gegner den Lebenssatz entziehen. Such doch nicht und zahlen. Aus dem Weg. Das Gegnerische Ungeheuer ist mehr dünn. Aus dem Weg. Ey, wenn wir das jetzt noch drehen, ne? Das wäre schon ziemlich mad. Aber das schaffen wir eh nicht, ne? Ja, jetzt kommt wieder so ein Teamfighter, der uns alle tötet, weil Kälter ist. Oh, das fängt. Ne, die Begründung ist einfach, weil Kälter ist. Euer Ungeheuer ist verkümmert. Aus dem Weg. Team Noobs und ist der meisten, alles klar. Dann mal so. Oh, 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 oh. Da waren vier. Das ist böse. Ich denke, die werden auch gleich zu uns kommen. Wir sollten uns beeilen. Ja, Kerrigan geht mir auch voll auf den Sack. Der wird zukünftig die Radieschen verkaufen. Schicksal. Kerrigan gegen uns, Mann, auf den Sack. Hey, wir haben die gleiche da eingeholt. Wir sind noch ein Level hinten. Alter. Aber die ziehen halt gerade die ganzen Versallen, Alter. Die ganzen Seltenerlager. Das beschäftigt uns halt auch mega. Aber wir leveln damit auch gut. Ja, so schnell hat sie mich dann wieder erledigt. Einmal Sylvanas von der Seite. Game over. Ich nehme den letztlichen. Die machen übrigens ungeheuer, ne? Sehr schlau, wenn ihr gestorben würdet. Unterweg, glaube ich. Alter, von Doppelparty. Hier oben ist noch Diablo. Boah. 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 Ich habe keine Fresse. Alter. Was geht hier ab? Jung, was ist mit dir? Keine Ahnung. Hör einfach mal ran oder so. Dann mal los. Ja, es geht ja an dauernd jemand ran. Geht ja die ganze Zeit jemand ran. Das ist ja der Witz. Euer Gegner züchtet ein Ungeheuer. Alter, das gibt es nicht. Du kannst doch... Man läuft keine Chance mit Kerrigan. Hilfe. Oh mein Gott, alter. Natürlich. So eine Hure. Hey, wir haben ihn wieder eingeholt. Für den Moment ist es vorbei. Aber ihr solltet euch nicht ausruhen. Die Versorgten werden zurückkehren. Oh. Da geht sie hin. Eure Fischadelle wird angegriffen. Das ist mein Ziel. Welch schwaches Flammen. Gut ist es entgegen. Sie hat das ganze Leben angefärbt, aber... Ich nehme den Häschen. So, wir sind ein Ungeheuer. Wir müssen den Moment zusammen krachen. Dann holen wir ihn uns. Ah, sie. Alter! Was passiert hier, alter? Telefon like a pro, oder was? Muss ja ziemlich wichtig gewesen sein. Jetzt war jetzt meine neue Nummer. Was? Und es ist ja auch immer jemand angegangen. Geil. Das ist einfach aufgelegt, alter. Äh, mein Telefon ausgeschaltet. Nice. Wenn die anderen sich nur diesen dauernden Telefon herumschlagen. Was? Oh, fuck. Oh, fuck. Zeit! Einpackt noch! Ey, wir drehen das Match noch. Ich sag dir das. Ja, das können wir schaffen. Das können wir schaffen. Of course we can. Alter, wie ich den Turm own. Eike ist auf Drogen, alter. Der Gegner greift eure Zitadelle an. Ja, ich glaub wir sollten ihn erstmal verteidigen. So, Sonja. Hinten. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Das macht. Ah! Okay, Sonja ist reingelaufen. Dann gehen wir hinterher. Eure Festung ist nicht mehr. Die Nacht ist angekommen. Ich liebe den Anblick meines Gartens im Mondlicht. Alter. Welch schwaches Fleisch. Gutes ist entsorgen. Alter, wir haben vom Level überholt. Ja, weil ich so viel Vassal gezogen habe. Wir haben einfach so viel gelailed mit denen. Und wir haben es gekett. Go. Wir räumen lieber erstmal die Vassalen ein bisschen weg aus dem Ding. Ja, die gehen auch oben. Kill them all. Aber die sind nur zu dritt. Das heißt, wir können die echt machen. Alter, das ist richtig mad. Das ist richtig mad. Ich bin verreikt. Ich bin verreikt. Ich stirb, du Fotze. Nice. Und jetzt macht's Ungeheuer. Wenn jetzt noch vier Dinger, dann haben wir Ungeheuer, Alter. Ja, genau, mach die. Erst Ungeheuer des Spiels. Ja, Ungeheuer, ready. Nee, das zweite. Oder dritte. Oder dritte sogar schon. Ja, unser war nicht drin. Ja, unser drittes, glaub ich schon. Zweites oder drittes. Echt jetzt? Ja. Das ist unser erstes jetzt. Ach du? Nein. Ich geh dann mal die Zitadelle verteidigen, sobald ich spawnen kann. Oh shit, ich bin der Weg genommen. Zögert nicht! Nehmt das! Euer Ungeheuer braucht seinen Wirt! Dann in eurem Heiler! Höchste Zeit, in die entgegengesetzte Richtung vorzumachen! Sie dürfen eure Zitadelle nicht angreifen! Alter, die haben unsere komplette Schilder an der Zitadelle zerlegt. Die war seins. Euer Ungeheuer verwelbt! Lasst nicht alles umsonst gewesen sein! Was? Alter, keiner hat so ungeheuer gecheckt. Boah, war das knapp. Ja, du machst das ja. Ja, ich war halt tot die ganze Zeit. Oh shit. Alter. Oh, das Gegner ist ja ungeheuer. Ich muss das töten, Alter. Ich muss das töten, Alter. Ich muss das töten, Alter. Aber brauch nicht. Okay, die läuft da wird nur da stehen. Da ist doch nicht hin! Er wusste nicht, er hat sich durch die Wand gesprungen. Ja. Jetzt versuche ich mal den hier vorne noch zu kriegen. Wie lange habe ich? Noch 28 Sekunden. Kann man noch Damage machen. Nicht, wenn Diablo jetzt rumnervt. Alter, fuck. Tschüss. Das macht alles. Euer Ungeheuer ist nur noch aufpassen. Doch der rüber dran fassen wird. Ah, jetzt habe ich auch Ruckel und Standbild und alles. Alter. Wow, noch mal. Ja. Sein Tod. Eure Zitadelle wird angekündigt. Oh, Zitadelle. Back. Oh, shit. Blut fördert das Wachstum. Endlich habt ihr genug Samen. Das Ungeheuer sich erneutert. Wir werden zukünftig hier verliebt den Potenzial. Nice. Ja, Block. Was? Ist das wieder da? Erfindet durch eurer Bemühungen Helden. Erfindet mein Ungeheuer zum Leben. Ich würde nicht an eurer Stelle beeilen. Gut gemacht. Das Ungeheuer wird auf die gegnerischen Force stürzen. Ja. Aber wir müssen verteidigen, das ist das Problem. Ja. Der scheiß Katapult immer. Die Nacht bricht in 30 Sekunden heran. Ich tue mal hoch. Na, gehen wir hoch, weil Sun and Weight ein bisschen. Ja, ich mach mal die Toplanen noch. Oh, hier sind auch schon welche. Ich fang mal die Zwischendingen ab, die gleich zu dir kommen. Ist schon da. Ja, nur die Hälfte davon. Die andere Hälfte. Oh. Euer Ungeheuer. Oh. So. Versuch doch mich aufzuhalten. Alter. Jetzt sterben die wieder alle. Das ist scheiße. Komm, wir werden über ihn entgegen. Ist vielleicht gerettet werden. Ja, 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 ja. Ist gerettet. Ah, da ist er noch. Ah, das ist noch ein Zeug. Fick dich, Kälter. Wenn du jetzt Kälter hast, ist so ein Arsch. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine schlaue Idee ist, wenn ich hier Kälter zum Land, aber okay. Alter, was ist denn für Munition in das Ding reinpumpen? Oh, shit, Alter, unten. Sie dürfen eure Zitadele nicht angreifen! Okay, jetzt wird's crazy. Jetzt geht's ab. Jetzt wollen sie alle was sagen, jetzt geht's und da Sonja. Du bist ein Stress. Hallo Sonja, schön, dass du Stress wirst, ich will auch Stress, bleib doch mal da. Wir wollten noch ein bisschen quatschen. Äh, Mütle, Mütle, Mütle. Ne, die kriegt bisschen Probleme und wird von Sarsayim gefüllt. Ja, Mütle habe ich auch gerade mit kleinen Sarsayim-Problemen deutlich. Wir sollten uns dieses Söldnerlager zur Brust nehmen. Jupp. Warum was sagen? Komm, lass uns hoch. Monster. Ah, okay. Weil dann, wenn wir jetzt noch mal Gartenung geheuer haben, ist es auf jeden Fall richtig geil. Wir sollten, wir müssen die Pfeil legen eigentlich. Lass mal los! Und wir haben direkt noch mal ein paar extra, jetzt hier. Mach! Ja, ja. Oh Bock, zurück, zurück! Oh shit! Oh shit! Ja, ich glaube nicht, dass wir, ja. Ja. Scheiße. Ah! Shit, aber es war ein gutes Game. Ne, wirklich krasse Gunde, alter. 30 Minuten fast. 30 Minuten Hotz! Ohhhh! Ohhhh! Wahnsinn! Wahrscheinlich sind wir trotzdem Mad Minus, oder? Ja! Mad, ohhhh! Shit! Minus 93, alter! Geht eigentlich! Geht eigentlich! Geht eigentlich! Am Anfang irgendwie so gedacht, dass wir mega verkacken. Alter, ich hab richtig abgeräumt. Ich hab den meisten Diener- und Gebäudeschaden und den meisten EP-Beutrag. Gut so. Räuft. Ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns jetzt nicht mal zu einer weiteren Folge von Hier was auf Storm oder auch irgendwas anderes. Bis dann und ciao! Ciao!